so dann hallo und herzlich willkommen zum zwölften teil von resident evil code ironic jetzt ohne scheiß komme ich jetzt hier raus ist das jetzt ein anderes ohne scheiß ich schwöre der der legt manchmal jetzt kann ich auch auf dingsbums nicht mehr rennen ja vielleicht kann er auch gar doch jetzt mehr als auch nach Tasse der die Tassen umgelegt ich bin nicht sicher was ist warum denn ich weiß nicht ich schätze es ist der beschissene Adapter für für den Gamecube Controller was nur von zwei Euro China Ding gekauft als vielleicht ist es zufällig aus China ich weiß nicht ob es überhaupt zwei Euro gekostet hat aber Prozent ja übrigens der Schnee am Pet und der Peck mit das ist wohl hilfreich im Kommentar hier und zum gut ist Spuke zum Wien das sind für mich ist es ist der Mann hier vorbei der Stiftstunde auf sie soll ich so gewusst wenn sich der beschissene Kontrolle mit dem Umständen würde das bestimmten neuer Schwierigkeitsgrad und so welches war das Resident Evil was uns vom Schwierigkeitsgrad so verarscht hat auch das letzte ne das Remake hier vom das Remake ja aber es gesagt hat ja das ist eigentlich schon ganz schön schwer denn am Ende war es doch nur leicht leicht genau das war aber das das war das Remake vom ersten Teil nicht von Zero oder? richtig ja ach hier hier kann man die Ventilation wieder einschalten für den Bio Ventilation Rumen weißt du? nein kann man nicht naja er natürlich nicht das kann ja alles nur sehen warum? so wahrscheinlich Frau, Ausbildung zu Diplom, Bio Ventilationsmechanikerin Frau am Steuer ungeheuer Breaker may fail due to overload case of fail raised to live best illustrated war da kann man gar nicht hinter oder? keine Ahnung ist doch da hinten oder? da habe ich gesagt die Illustration noch nicht gesehen hier da hinten ist da wo Kaution steht guck wir sind jetzt auf der Treppe da rechts ja und da hinten ist die Sorge da wo es den Gang hinter geht nach oben sozusagen da ist das Gitter davor ja aber da steht doch man so den den Hebel wie Illustrated ich weiß wir drücken einfach auf alles und dann dann sehen wir schon das Residue machen wir uns meine zu viel Gedanken darüber wird schon klappen oh hier was denn hier ist das? ach das ist ja praktisch kann er natürlich auch wieder nicht mitnehmen ja lol es war schrecklich aber diese Bereich ist jetzt clean ah sieht? du kannst auf mich dependen duhst? dieses Ding ist viel mehr auf jeden Fall von jeder Person als Menschen? steve was warst du hier? wer hat dich hier gebracht und wo ist deine Familie? schau schau ich will nicht darüber sprechen ich will nicht darüber sprechen steve egal lass uns gehen das Spiel das Spiel soll ich sagen dass wir jetzt nochmal alles zurückgehen müssen um die ganzen ich bin mir nicht sicher es macht ja auch gleich die nächste Ladeszene auf automatisch jetzt fahren wir ja nach oben ich würde schon sagen also wenn sich jetzt Gebäude gerade nach unten bewegt hat dann würde ich sagen wir sind nach oben gefahren das weiß man ja nicht man weiß es nicht wo wir sehen auch noch nicht gut aus du wo danke das muss man echt mal irgendwo hin wo ist wir bräuchten mal so ein so ein so ein so ein so ein Spree weißt du denn so ein verstehst du was ich meine verstehe ich schon was du meinst das ist das ist ich denke ich mich auch ich auch aber ich kann mich daran erinnern das war dann hier nicht irgendwas wir mussten nicht hier gegen die Schlangen gleich kämpfen das ist immer nicht eine Batterie das Auto einsetzen ich stehe stehe es war wieso war das ein Vorgang das war das doch das war's ein das war's so warte es ist na ich I can't! Nooooo! Steve! Uh oh. No! Num 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 num. Father! Ahhhh! Also! Hm. Hm. Siehst du wie klug ich bin? Ich hab gesagt, es ist da vorne. Ja, ich mein, wie schwierig war das zu erraten, also. So wie er geschossen hat, hätte er sie eigentlich mit durchlöchern müssen. Ja, du meinst in seine halbautomatischen Dings, wo eigentlich nur 10 Schuss oder so reingehen, wo er 500 jetzt rausgeballert hat. Vater! 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 Wie traurig. Wie ist das eigentlich bewertet auf, äh, Game-Rankings oder auf... Angela. Ich versuchte, die Informationen zu holen. Ich versuchte, es zu den höchsten Betten zu verkaufen. Er wurde getötet. Meine Mutter wurde getötet. Und wir wurden hier hergestellt. Und wir wurden hier hergestellt. Oh, Steve. Er war ein Schuss, um etwas zu tun zu tun zu tun. So dumm. Und? Und? Es ist okay, Neil. Nur resten. 93,7. 93... Wie heißt die andere Seite da? Ähm... Ich denke auch schon eine ganze Zeit. Gute, ne? Äh... Meta... Meta-Critic, genau. Ja, genau. Er ist sicherlich tot. Oh, aber da müssen wir uns das Richtige finden. Das kann ich so einfach. Warum? Weil wir wollen ja dies für den Dreamcast, oder? Das ist eigentlich technisch gesehen die Gamecube-Version. Soll ich jetzt noch der gucken, oder was? Ja, guck doch mal noch der. Ähm... Ist das Code für Euronica X? Ja, es ist Code für Euronica X. Wir spielen da gar nicht so original, das ist der Scheiße. Ich glaube, das Original gab es nur auf dem... Auf der Dreamcast. Uh... Also der Meta-Score ist 62. Das ist aber wenig. Aha, und guck mal für den Dreamcast. Äh... Verstehe, willst du da nochmal drüber nachdenken, oder ist das jetzt deine... Meine finale Meinung? Ja, warte. Deine endgültige Aussage. Ich glaube, das gibt's nicht auf Metacritic für den Dreamcast. Die Battery has been removed. Wissen wir also damit jetzt sagen, dass wir voll das Schlechte davon spielen? Nee, also eigentlich ist es ja schon gut, denke ich. Also, ich hatte immer in Erinnerung, dass es wohl recht gut bewertet wurde. Ja, also... Also zum Beispiel bei Gamespot, ne, hat's 9,5 und 10. Müssen wir jetzt wieder zurück? Ey, wenn ich jetzt hier rausgehe ohne Scheiß, dann ist da halt die blöde... Da ist die Schlange und dann sind wir tot. Gibt's ja nicht irgendwas zum Heilen, oder was? Oder gehen wir hier rein? Du weißt, welches hat, ähm... Guck doch mal, Metacritic, Code, Veronique... Ja, ich guck doch schon. Da kommt ja immer die hessische Playstation 2 Version und die hat 84. Und das ist immer nur das X, das normale haben die ja nicht. Aber wie kann denn die Playstation 2 Version, ähm, 84 haben, wenn die Gamecube-Version... Die, die, die haben ja immer das Code for Rekka X, das normale haben die ja nicht. Und auf Game Rankings? Na, da hat's, was hab ich gesagt, 390. Das normale Netz X, du hast dann nach dem normalen, äh, nach dem X geguckt. Hm, ist das alles kompliziert mit dir. Äh, also bei Metacritic gibt's das für den Dreamcast nicht, warum auch nicht. Ich bin hier in den Aufzug eingestiegen, ich weiß aber nicht, ob das gut war. Du solltest doch erst mal wieder zurückgehen, fährt er runter. Ah, ja, hier fährt er mal runter, da gibt's doch die ganzen Items, so. B1F. Death Trends forever, BFF. Äh, äh, äh... Hey, gibt's bei Metacritic gar keine Dreamcast spielen? Das weiß ich nicht. Das wäre auch scheiße, also da würde ich jetzt Metacritic nicht mehr mögen. Oh, Dreamcast. Aber hier gab's doch keine, hier gab's doch keine, ähm... Ja, wie, was? Hast du die, hast du die... Ja. Ja. Ach, Hopps gab's doch hier gar nicht, oder? Hm. Äh, weißt du, ne? Da gehst du hier auf, äh, auf Best Dreamcast Games und was kommt als erstes? Uncharted 4. Das überreiche bekannte Dreamcast-Spiel Uncharted 4. Das hat richtig krasse Grafik dafür, dass es auf dem Dreamcast läuft. Guck, und so sieht die Dreamcast-Kategorie aus. Ich glaub, die haben tatsächlich alle Dreamcast-Spiele rausgenommen. Bei Metacritics. Aber Skies of Arcadia gibt's zum Beispiel. Das gab's auch für'n Gamecube. Ja, das sind aber tatsächlich alles Gamecasts. Also war auch jetzt Daytona, USA, Shenmue, Metropolis Street Racer, Sega GT, bla bla bla. Aber vielleicht haben die das nicht, weil das indiziert ist, wo das eigentlich Quatsch ist. Ist doch auch nicht indiziert. Ich glaub schon. War hier nicht irgendwo... Ah, hier. Die haben irgendwie ganz viele Sachen removed, lese ich hier gerade. Warum? Das weiß ich ja nicht. Ich krieg's übrigens überhaupt nichts vom Spiel mit, weil ich hier die ganze Seite Intelligence betreiben muss. Ja, dann musst du hier mal zugucken. Mit welcher Waffe keins denn verwenden? Naja, no reason was given yet. Das war ein einzig vom Spiel. Wann war das denn? Zwei... eins... null? Steht hier nicht. Ach doch, 2011. Also vor fünf Jahren. Sozusagen. Wahrscheinlich werden sie dann auch keinen weiteren Grund mehr geben. Weißt du nicht, vielleicht du hast du ein bisschen länger. Wie hieß die? Ja? Die GameCube-Version. Die GameCube-Version. Die GameCube-Version. Die GameCube-Version. Das ist ja die, die mal jetzt spielen. Hm. Wenn die jetzt 60 hat oder so. Nein, nein, ich sag mal so, die ist ja inhalt, also ein bisschen ziemlich inhaltsgleich. Ich hab schon einfach gesagt, wir sollten dies auf dem Dreamcast spielen. Das ist ziemlich inhaltlich. Das ist meines Wissens nach. Bis auf die... Das macht die so komische Gespräche. Das wäre auch schlecht, weil ich bin fast dort. Das nächste Mal, wenn mich einer blöd anguckt, falle ich dort um. Alter, das hat nur 64. Was die GameCube-Version. Warum guck dir mal rein, guck dir mal warum. Wie warum? Na, was sie sagen, vielleicht sagen sie ja sowas wie, äh, es ist nur ein 1 zu 1 Port von der, äh, Dreamcast-Version. Da müsste ich jetzt hier Reviews dafür lesen. Na, da gibt es auch immer so eine Overview-Page, wo dann immer mal, verstehst du? Nein, stich nicht. Sieh, 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 von deinem iPhone-Mini-Display. Da steht nur was zur Handlung. Handlung? Die, die, das ist echt strange, die Playstation 2-Version, ne, die hat 82. Und die anderen Versionen haben alle richtig scheiß Bewertungen. Aber das ist, die Playstation 2-Version ist identisch mit der, also, meines Wissens nach, ähm, vielleicht bringen wir das heute auf den neuen Stand, aber meines Wissens nach identisch mit der, mit der GameCube-Version. Hm. Soll ich denn jetzt hier mal nach ganz oben fahren, oder was? Hast du schon die ganzen... Ja, alles, was ich mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen, ja. Hm. Wir können doch mal ein Quiz-Duell gegeneinander spielen. Sag mal, wollt ihr nicht mal ein Quiz-Duell gegeneinander spielen? Weiß ich nicht, dass ihr nicht so voll rum sitzt. Ich freue mich. Aber sie? Ich hab kein Quiz-Duell. Du kannst doch jetzt wieder drauf tun. Du hast doch jetzt dein Master auf Disaster gemacht, oder nicht? Ja. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ah, nee, da waren wir doch, oder? Was war denn in der mittleren Internation? Ja, nee, was? Was hast du gesagt? Das war ja... Ich bin total verwirrt. Es ist nicht, dass man das merken würde, aber... Ich lese jetzt... Ja, du bist ja auch keine große Hilfe, ne? Hallo, ich versuche ja gerade rauszufinden, ob du nicht vielleicht die vollkommen falsche Version ausgewählt hast und die Dreamcast-Version... Die sind inhaltlich identisch, du Affe! Und um ehrlich zu sein, ähm... Haben wir eigentlich so eine... Ne, so eine blöde Karte haben wir nicht, ne? Ne. Wir haben so eine Karte, aber die ist nicht Indigo-Mount. Haben wir eigentlich die Lightgun-Version mal gespielt? Resident Evil, Survivor 2... Oh nein! Survivor ist doch Kacke! Erschienen für die... Playstation, aber... Für die Kacke! Aber Lightgun-Shooter sind immer gut. Wir können hier, ähm... Und warum spielen wir eigentlich nicht die High-Defination-Version für die Playstation 3 oder für die Xbox 360? Die im Jahre 2011 erschienen ist! Also erst mal, jetzt habe ich dich mal nicht so... Und zweitens, was ist denn für eine High-Defination-Version? Ja, was weiß ich! Hier! Pass auf, ne? Über den deutschen Vertriebs-Kanal wurde das Spiel nicht angeboten, weil es... damals noch indiziert war, 2011. Guck mal hier, hier ist ein... Wollen wir hier mal speichern? Hm. Das mache ich jetzt einfach mal, weil... Sonst ist es schlecht. Wenn wir jetzt sterben, dann muss man alles nochmal spielen hier. Mit dem ganzen Gebubble da. Äh... Die Indizierung wurde im April 2014 aufgehoben. Was ist denn das jetzt? Guck doch mal lieber nach der, ähm... Da steht doch nichts dazu! So jetzt nach der Drecks HD-Version gucken, du Affe! Was soll ich denn da jetzt gucken? Na, was denn... Warum? Wie jetzt? Die Frage, warum verstehe ich das? Was verstehst du da dran nicht? Ich will wissen, was... Inwiefern hat die... Also es ist einfach nur... Ähm... Ist da Wildscreen dabei, oder ist es einfach nur die alte Version auf, ähm... Guck mal, soll ich das hier mal rausnehmen, weil das ist doch hier... Die Igelblät... Ist es nicht... Passt es nicht da rein, wo wir vor uns gesehen haben, weißt du? Ne... Passiert jetzt nicht vielleicht was? Ach, ist es schon wieder vorbei, oder was? Nein... Gut, dann machen wir hier mal... Äh... Dann machen wir hier mal in dem ruhigen Raum der Ruhe... Rast! Also wir rasten hier... Aber jetzt habe ich doch gerade die ganzen Informationen rausgespielt! Das war voll die krasse Alliteration, du Affe! Hier steht auf jeden Fall... Oder wollen wir das erst in Folge 13 auflösen? So wie... Oh, wir enden mit einem Cliffhanger! Aber was da steht, erfahrt ihr dann in Folge 13! Bis dann! Tschüss.